Musik Musik Wir sprechen mit Marco Vogt von Vogt Friseurin in Rating. Er sagt uns, was macht ihr Unternehmen genau? Wir schneiden Haare, wir machen Haare. Was ist das Besondere an diesem Aveda-Konzept? Aveda hat eine gewachsene Philosophie. Aveda gibt es seit 1978 und seit dieser Zeit wird immer wieder an natürlichen Inhaltsstoffen und Recyclingtechniken gearbeitet und das Ganze wird verfeinert. Es ist ein System, das super funktioniert, weil es sehr viele Räder sind, die ineinander greifen. Aveda nutzt das Netzwerk von Estee Lauder, ist Teil von Estee Lauder und durch so einen Weltkonzern, den man als Background hat, kann man halt wirklich viel erreichen, werblich und halt auch von der Forschung her. Wir wollen uns natürlich von anderen Friseuren unterscheiden und ein ganz wichtiges Konzept bei Aveda ist einfach Fortbildung. Die Philosophie geht in die Richtung, dass man wirklich ständig geschult wird in neuen Schnitttechniken, neuen Farbtechniken, neuen Entspannungsbehandlungen für den Kunden. Es wird immer wieder was Neues geboten. Wir waren im letzten Jahr sehr viel unterwegs und haben uns international bei den ganzen Academies von Aveda weitergebildet. Bei uns bekommt man halt immer wieder enorm fortschrittliche Haarschnitte, sehr technische Haarschnitte. Haarschnitte, die perfekt funktionieren für den Kunden. Unheimlich gut wirklich mit Blond umgehen. Blond ist eine ganz schwierige Sache. Viele Friseure bezeichnen ein schönes Kupfer als leuchtendes Blond. Wir kommen dann als Feuerwehr und retten das Ganze. Und da sind dann schon viele Damen wieder mit Lächeln rausgegangen, die vorher weinend hereinkamen. Wir arbeiten ausschließlich mit Aveda-Produkten und aus einem ganz einfachen Grund, dass der Friseur wirklich keinerlei Hautreizungen hat, aus keinerlei Geruchsverletzungen, weil wir wenig mit Alkali arbeiten. Für den Gast ist es sehr angenehm, weil es sehr viel mit ätherischen Ölen zu tun hat. Also Aveda arbeitet nur mit ätherischen, nicht mit Parfümstoffen. Es ist nicht unbedingt nur was für Haare, sondern halt auch wirklich ein Wohlfühlerlebnis für den ganzen Körper. Dazu werden verschiedene Rituale praktiziert, wie also Service-Rituale von Aveda. Und für uns geht es natürlich so weiter, dass wir weiterhin sehr viel in die Weiterbildung und Fortbildung der Mitarbeiter national wie international reingeben als Budget. Und somit auch nicht den Fortschritt verlieren, den wir im Moment haben. Ja, also wir sind irgendwann ganz vorne dran. Und da soll erstmal einer drankommen. Ja, also wir sind irgendwann ganz vorne. Ja.